Hallo liebe Sportsfamilie, ich bin hier im Wallis in meiner Heimat und stehe hier vor einer alten Skier meiner Familie. Es war schon lange mein Träum, ein eigenes, individuelles Gym zu haben, wo ich jederzeit flexibel und in Ruhe trainieren darf. Zusammen mit Bragg.se darf ich diesen Träum jetzt verwirklichen und diese alten Skier in mein eigenes Gym umwandeln. Bald zeige ich auch mehr davon und nehme auch mit in meinen Trainingsalltag. Zudem zeige ich auch ein paar einfache Übungen, wie ihr auch fit behalten könnt. Also, bleibt dran!